Ihr wolltet wissen, was mich am Waldhaus bewegt? Ihr werdet es gleich erfahren Hört zu Was mich am Waldhaus bewegt, es gibt viel, was mich bewegt Ich gehe meinen Weg mit meiner Musik, die mich prägt Viel hab ich hier gelernt und auch viel aufgenommen Doch ohne Waldhaus wär ich nie drauf gekommen Was die Zukunft und der Abschluss für einen Sinn macht In meinem Kopf und segelt sich Ideen wie Simba Oriental gibt mir eine Struktur, die weg ist Man hat keine Struktur, wenn man tagsüber im Bett ist Aber eigentlich wollte ich das alles nicht Es hört sich komisch an, wenn du gefallen bist Doch egal was alles noch kommen mag Ich geb ihnen recht, dass ich auch falsch lag Aber in der Jugend macht man viele Sachen Man denkt nicht drüber nach, man würd es einfach machen Doch den richtigen Weg erkennt man nicht Und die Frage, die sich stellt Kennt man sich, was mich noch bewegt? Ist das Feedback, doch ich mach Fortschritte Man sieht's jetzt, mir wurde auch gezeigt Verantwortung heißt und Belohnungen Gebt mir den Reiz Anfangs dachte ich, ich bin Fehler am Platz Weil ich der Überzeugung war, dass ich keine Fehler mach Aber gut, ich habe einen Weg zu beschreiten Keine Lust mehr, immer zu streiten Dieser Track hier ist für das Waldhaus Und mein Ziel bleibt, ich komm bald raus Ich bin Samuel S. und bin 16 Jahre alt Für das Waldhaus Danke meine Damen und Herren für das Zuhören Für das Waldhaus Für das Waldhof Bis zum nächsten Mal.